Da kommt dieser Hannes. Schaut mal, wie toll der an der Leine läuft. Jetzt hat er mich entdeckt und möchte gern zu mir kommen, aber er kann prima an der Leine laufen. Ganz prima. Und Hannes ruft ihn zurück, nur einmal und er kommt wieder. Jetzt holt er sich seine Streicheleinheiten ab. Jetzt muss man sehen, dass die Sonne ist. Der schwarze Hund ist sehr schwer zu sehen. Das ist der Pranz. Aber der tut er nicht. Okay, dann wollen wir mal ein bisschen mit. Ich begleite euch mal ein bisschen. Das ist ein Abend. Untertitelung des ZDF, 2020